Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Cointrend. Wir wollen heute mal wieder ein bisschen uns die Kurse angucken und weil ich noch, ja immer noch kein vernünftiges Internet habe, in Kurzform, Bitcoin ist ja einiges passiert, ganz schönen Weg nach unten gefunden und wo wir letztens, jetzt muss ich erst gucken, wo wir letztens waren, wir müssen ungefähr an der Stelle hier gewesen sein. Und da hatte ich auch schon erwartet, dass wir eigentlich den Boden gefunden haben, weil die Kerze war dementsprechend auch tief genug und habe euch ja auch gesagt, wenn wir hier durchbrechen durch diese obere Trendlinie, dann haben wir das auf jeden Fall bestätigt. Hat aber leider nicht funktioniert, weil wir schon an dem Widerstandslevel 9500, da sind wir noch nicht mal wirklich rangekommen und haben uns da so ein bisschen abgekämpft und von da an ging es dann sehr stark wieder nach unten. Man hatte nochmal einen schönen Einstieg hier, das war so der letzte Punkt, wo man eigentlich nochmal zur Rettung kommen konnte, dann ging es auch direkt wieder nach oben, wodurch ich sehr positiv gestimmt war. Aber dann nochmal einen Test und der dritte Test und dann vieles auch dadurch und sogar dann gleich durch die nächste Trendlinie, wodurch wir dann auf die Supportlinien switchen mussten. Was wir da runter hatten im Volumen und einfach von den Supportleveln her, da war das nächste dann hier 6000 und es hat auch nicht lange gedauert. Einmal nach dem Durchbrechen, da haben wir hier noch den starken Test gehabt von der Trendlinie, aber dann ging es noch deutlich weiter runter bis genau zum Punkt hier. Für mich war, ja, als es hier nochmal runter ging, habe ich auch eine Shortposition gesetzt und dann bin ich aber schlafen gegangen und habe auf 6000 den Kauf gesetzt, weil da einfach das nächste Supportlevel war und genau da ging es dann auch wieder hoch und nochmal runter. Hielt aber letztendlich und von da an sind wir jetzt in einer erstmal positiven Entwicklung. Ich möchte euch aber jetzt das aktuelle Bit ein wenig genauer zeigen. Jetzt seht ihr das Ganze hier. Von da aus sind wir jetzt erstmal wieder deutlich gestiegen. Und ihr kennt ja Bitcoin, das geht dann auch mal schnell. Hier 35 Prozent. Die Altcoins haben ähnliche Steigerungen noch hingelegt. Ja, also recht schöner Aufwärtstrend, aber ist ein Rising Wedge, wenn man das hier sieht. Also hier gehen sie zusammen und das bei der Steigung. Und da ist es so, wenn wir durch die Trendlinie hier jetzt nach unten fallen. Wir hatten es schon zweimal versucht durchzufallen, ich nenne es mal so. Sollten wir hier durchfallen, ist es sehr wahrscheinlich, dass 0,5er Linie im Fibonacci oder die 0,618er Linie wieder als Kaufpositionen dann sind. Also, dass die berührt werden und nach oben kommen. Eine Sache, wodurch ich die 0,618er Linie noch ein bisschen wahrscheinlicher finde, ist, dass wir hier noch auch die Ichimoku-Wolke haben. Man sieht es jetzt leider wahrscheinlich nicht zu gut im Video, aber ihr seht ja hier die Wolke und hier ist das untere Ende. Also der starke Widerstand ist auch auf der 0,618er Linie. Das wäre also die Möglichkeit, da unten hinzugehen. Was allerdings wieder dagegen spricht, ist die Breite oder die Höhe von diesem Wedge, was wir hier haben, was einen ziemlich genauen Treffer auf die Fibonacci-Linie dort zulässt. Und wir haben ja auch einiges an Support-Level hier. Das heißt, es ist auch eine recht gute mögliche Position. 6.900 haben wir hier in dem Chart und 6.650 wäre das untere Ziel. Das trifft natürlich erst ein, wenn wir hier nach unten durchfallen. Es kämpft sich jetzt so ein bisschen. Es ist noch keine Entscheidung gefallen, geht immer wieder hoch und runter. Und wenn das hier sich mit der schließenden Kerze bestätigt, dass wir da drunter gehen, dann würde dieses Szenario erst kommen mit einem Zwischenweg wahrscheinlich auf der Höhe, wo ihr ja auch die alte Trendlinie hier seht und wir auch Support sehen an der und der Stelle. Das heißt dann wahrscheinlich hier drauf und dann von da aus nochmal runter. Solange das in diesen beiden Bereichen hält und wir da nicht weiter durchfallen, ist das jetzt auch nicht weiter stark negativ. Man muss natürlich weiterhin beachten, dass die wichtige Trendlinie hier oben ist. Das sind aktuell, müssten wir so in den Bereich 9.000 kommen und erst wenn wir die durchbrechen, dann ist auch ein Abwärtstrend sozusagen erst mal dahin. Und wenn wir uns jetzt den 4-Stunden-Shart angucken, der sieht ein bisschen schmerzhaft aus bis zur Umkehr, wenn man sich das hier Ganze das anguckt. Und da wollen wir mal in die Bänder reingucken. Ich hatte das heute nämlich, jetzt muss ich allerdings erst gucken, in welchem Chart ich das Ganze hatte, weil ich das nämlich vorhin als Ziel ausgegeben habe. Ja, hier sieht man es, wenn meine Zeichnungen nicht wären. Hier seht ihr das grüne Band und da war auch vorhin bei der Umkehr, habe ich auch gesagt, wenn wir den Abwärtstrend durchbrechen wollen, dann müssen wir ja natürlich über diesem grünen Band schließen. Aktuell wäre das 7.700 in unserer aktuellen Position. Vorhin war es noch 7.800. Da haben wir halt den Weg getestet und wer das Video gesehen hat mit meinen Indikatoren, die ich habe, da hatte ich das auch ein bisschen erklärt mit diesen drei Bändern. Solange wir dann nämlich nicht über diesem grünen Band schließen, sondern wieder zurückkommen hier drunter, sind wir immer noch in einem Abwärtstrend und das ist der 12-Stunden-Chart, den wir hier sehen. Also da wären wir weiterhin in einem Abwärtstrend, bis wir oberhalb schließen können und Richtung des Durchschnittes hier oben gehen. Also auch noch aktuell ein Zeichen dafür, dass es sich noch nach unten bewegt, aber möglicher Wendepunkt kann hier natürlich sein. Im großen und gesamten Bild wäre eine Umkehr bei 4.500, 4.600 wahrscheinlicher, einfach aufgrund des hohen Volumens um diese Position herum. Aber ja, wir sehen das, wenn es sich hier bestätigt, haben wir das erste Positive, wenn wir die 10.000 knacken. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo die wichtigen Widerstandslinien sind. 9.500 ist hier eine sehr wichtige, bis 10.000, das trifft also ganz gut. Also wenn man hier das 10.000er Level knacken könnte, nach oben hin, wäre das dann noch eine nächste sehr, sehr gute Bestätigung, dass der Abwärtstrend erstmal vorbei ist. Bis zu den wichtigen Bestätigungen müssen wir aber noch ein wenig warten. Für den Moment natürlich auch eine schöne Position. Durch diese Bewegung kann man immer einiges mitnehmen, gerade wenn man jetzt so einen Rising Wedge hat. Das heißt, wenn man da rausfällt, dann kann man recht sicher da auch die Short-Position einnehmen, schließen bis am Ziel und dann gucken, wo die nächste Position sich auftut. Gut, ich will noch kurz in die Altcoins-Nummer nicht wirklich analysieren. Ich will euch nur kurz mal zeigen, wie verrückt es hier eigentlich zugeht. Wir haben Neo, wir haben einmal den ersten harten Dip gehabt, zack, Neo schon wieder fast am Allzeithoch und dann haben wir jetzt hier den starken Dip gehabt und es ging fast schon wieder auf die gleiche Höhe. Also es ist wirklich krass. Neo ist so ein bisschen wie, wie kann man sich das vorstellen, wie so ein, wenn man einen Hund hat und mit dem Ball spielt und der dann immer wartet, bis man wirft und immer schon bereit ist und immer los will, aber Bitcoin uns das noch gar nicht zulässt. Das heißt, wenn der Abwärtstrend vorbei ist, könnten wir in die Altcoins-Saison übergehen. Ist ja im Normalfall Ende des Februars und dann Anfang März so. Dann könnten die Altcoins nochmal eine richtig starke Phase hinlegen. Gucken wir bei Ethereum. Auch Ethereum, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, wenn man hier 18% Minus hat, aber hält sich sehr gut in meinen Augen, also extrem gut für doch so einen starken Abschwung bei Bitcoin. Auch hier haben wir das. Das war hier der erste. Ging es wieder hoch, ging hier jetzt runter in dem starken Abwärtstrend, den wir hier hatten über die mehreren Stunden und Tage und dann direkt wieder sich hochgezogen. Also auch einer der Coins, die sich noch recht stark zeigen. Ich sehe auch in den kleineren Altcoins die ersten, die so eigentlich so die Dinge, die man sieht, wenn eine Altcoin-Saison losgeht. Das heißt, die sind schon so ein bisschen bereit. Klar müssen wir da aber erst auf die Bestätigung mit Bitcoin warten und dann könnte es sein, dass wir schon bald die nächste Altcoin-Saison erleben werden. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, ihr habt die letzten Tage gut überstanden. Für die, die neu dabei sind, erstens muss es noch nicht das Ende der Talfahrt gewesen sein und zweitens, das ist aber nichts, wo ihr Panik haben solltet. Ich weiß, man muss das erst lernen, man muss das mitgemacht haben. War bei mir nicht anders am Anfang, aber solche minus 80% Bewegungen passieren im Bitcoin genauso wie sie plus 80% nach oben gehen und damit muss man dann lernen, mit der Zeit umzugehen. Das heißt nicht, dass wir hier verschwinden werden. Ich glaube, im drei Monatsverlauf sind wir sogar noch im Plus. Also da sieht man dann, wie krass es eigentlich hier zugeht. Ja, das war es für heute mit dem Coin-Trend. Und ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg beim Traden und wir sehen uns dann sehr wahrscheinlich morgen wieder. Also macht's gut. Bis dahin.